Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Habt ihr bereits von den Plattformen Steuertransparenzgesetz gehört? Ich bislang nicht, bis zu diesem Video. Dementsprechend dranbleiben. Es geht nämlich speziell darum, das betrifft wirklich jeden Bürger in Deutschland. Wenn du aktuell bei Amazon beispielsweise über den Marktplatz etwas verkaufst, über Ebay eine Kleinigkeit verkaufst oder ähnliches, oder auf sonstigen Plattformen, vielleicht hast du eine Wohnung und vermietest die über Airbnb oder machst ein paar Nebeneinnahmen mit Uber, dann wird das Ganze ja auf deren Plattformen jeweils, die ich gerade genannt habe, getrackt. Und da gibt es ja zahlreiche von. Da sind auch zahlreiche Umsätze mittlerweile am Laufen, keine Frage. Und dort, wo Geld ist, da wird der Staat immer ganz schnell hellhörig und möchte natürlich etwas davon abhaben. Das kennen wir mittlerweile. Die RAF-Gier unseres Staates hier in Deutschland, besonders empfinde ich persönlich so, ist riesig geworden. Weil man muss natürlich die Politik, die seit Jahren hier betrieben wird, auch irgendwie finanzieren. Generell ist es ja auch jetzt schon so, dass ein Finanzamt beispielsweise bei Seen geht, sagt, der Olli hat die Steuernummer 12345 und der hat jetzt bei Ebay einige Verkäufe gemacht. So, und dann rufen die jetzt bei Ebay an und dann sagen die dann, nö, können wir ihnen jetzt so einfach keine Auskunft geben. Dann müsste das Finanzamt nämlich ein sogenanntes Formular, das gibt es im Internet einfach runterzuladen, beauftragen bei Ebay oder beantragen bei Ebay mit einem sogenannten Auskunftsanspruchsformular so einen Antrag stellen, dass mit meiner Steuernummer diese Person und dort wohnhaft und so weiter die Informationen bekannt gegeben wird. Ob die das machen oder nicht, steht auf einem ganz anderen Papier. Da muss man natürlich ganz klar sagen, von der Gesetzgebung halt sehr, sehr schwierig und oftmals ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehbar, dass die Firmen sich an so etwas nicht halten. Das muss man klipp und klar so sagen. Aber wenn man sich dann überlegt, was passiert denn hier? Was ist denn jetzt der große Plan, der dahinter steckt? Man möchte natürlich von jedem Bürger, der jetzt irgendwie welche Verkäufe in einer gewissen Art und Weise, in einer Größe, Dimension tätigt, möchte man die Steuern kassieren. Das ist ja grundlegend erstmal nachvollziehbar, na klar. Warum aber geht die EU und speziell jetzt Deutschland nicht hin und sagt, wir gucken uns die rechtliche Seite, die politische Seite gleich dazu an, und sagt, wir müssten die Firmen anders besteuern, die das Ganze durchführen und machen. Ich möchte daran erinnern, dass es zahlreiche Firmen gibt, die relativ wenig Steuern zahlen. So zum Beispiel in Amazon. Amazon EU, er sah, hat 2021 keine Gewinne verbucht. Trotz Umsätzen von 51 Milliarden Euro vermeldete Amazon für sein europäisches Geschäft im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro Verlust. Da wird halt hin und her gerechnet, die haben die besten Steuerberater, die besten Anwälte und sonstigen Experten der Welt, um so etwas zu machen. Es gibt zahlreiche andere Firmen, die ihren Unternehmenssitz dann in Irland haben. Aber der kleine Selbstständige wie ich, der kleine Privatmann, der zu Hause sitzt, ein kleiner anderer Selbstständiger, der Fliesenleger und alle, wir sind diejenigen, die immer gemolken, gemolken, gemolken werden und hier die Zeche zahlen müssen. Und das steht für mich persönlich einfach in keinem Verhältnis, dass dann diese großen Big Player gar nicht so betroffen sind wie wir. Und dann schauen wir uns das Ganze dem nächsten Schritt hier an, bei A, Ernst & Young, oder auch Ernie & Bert genannt, einer von den Big Four. Zitat, digitale Plattformbetreiber müssen ab 2023 zahlreiche Informationen für Käufern sammeln und dem Fiskus, also im Finanzamt, übermitteln. Und das Ganze ist tatsächlich schon beschlossen in trockenen Tüchern ab dem 1. Januar. Wie gesagt, läuft das Ganze in Deutschland, liegt seit dem 24. August 2022 der Regierungsentwurf des neuen PSTTG vor, der unter anderem die Umsetzung von DAC7 enthält. Betreiber von Online-Plattformen sollten schon jetzt mit der Umsetzung beginnen. Das muss man sich natürlich auch auf Plattformseite vorstellen, also sprich von den Anbietern, dass die dafür ein Meldesystem bei sich online integrieren müssen. Das ist natürlich komplett direkt. Der Olli hat jetzt da sieben Verkäufe gemacht, hat ein paar andere Sachen gemacht und dies und jenes. Und das wird dann verknüpft an seine Steuer-ID, gesendet an das Finanzamt. Und das Finanzamt wiederum sagt dann, ja, Moment mal, hat der Olli das denn bei der Steuererklärung angegeben? Nö, hat der nicht. Ja, das gibt Ärger. Und da rollt aber richtig der Rubel, glaubt es mir. Ganz interessant ist auch diese Statistik hier auf der A-Seite. Umsatz durch E-Commerce Business to Customer in Deutschland. Und dann von 2000, wo eBay ja wirklich ganz in den Anfangszeiten war. Und ich weiß noch, ich bin ja ein Kind der 2000er auch, wo ich ja 17, 18, 20 dann war, in den 2000ern groß geworden bin. Und wenn man damals dann Nachrichten gelesen hat davon, da war einer ganz früh, hat irgendwie einen eBay-Shop gegründet, eine gute Idee gehabt, Sachen verkauft und ist Millionär geworden wirklich in dieser Zeit. Also da war wirklich viel los und das Ganze ist natürlich explodiert über die letzten Jahre einfach. Man sieht das ja hier mit jährlicher absoluter Steigerung, weil überleg doch mal, wie unattraktiv es geworden ist, in die Städte einkaufen zu gehen. Noch nicht mal bezogen auf die letzten zweieinhalb Jahren durch die Maßnahmen, dass viele Geschäfte auch pleite gemacht haben und alles. Und ich bin ja eigentlich auch so ein Freund von Support Your Local Dealer, also unterstütze deinen Verkäufer vor Ort. Das, was in den letzten zweieinhalb Jahren viele Verkäufer gemacht haben mit den Regeln und allem drum und dran, da sage ich auch mittlerweile ganz ehrlich, das unterstütze ich nicht mehr, da kaufe ich es lieber online. Klar hat man natürlich vor Ort meistens, noch nicht mal immer, aber sehr häufig eine bessere Beratung, eine Unterstützungsleistung. Und wenn das so ist, da bezahle ich auch gerne ein paar Euro mehr, wenn das verhältnismäßig natürlich ist. So, und wenn wir uns das jetzt hier nämlich angucken, sehen wir hier diese Umsätze in Milliarden Euro, die hier passieren. Und da sehen wir hier 86 Milliarden Euro im letzten Jahr, 72 Milliarden im Jahr davor, 59 Milliarden da. Der große Sprung, weil hier vor war es ja 18, 19 und dann zu 20 ein Riesensprung. Klar, durch die letzten zweieinhalb Jahre, durch die Situation, die wir alle kennen und man prognostiziert für dieses Jahr sogar 97,4 Milliarden. Und das fällt den Behörden natürlich auf. Und wie gesagt, am Anfang des Videos, man muss natürlich gucken, dass man die aktuelle Situation in Deutschland, wie es sich hier gestaltet, weiter finanziert. Und dann sucht man halt Möglichkeiten. So zum Beispiel, habe ich ja auch bereits in einem Video darüber berichtet, die Silberbesteuerung, dass sie jetzt voll auf Mehrwertsteuer ist und eben nicht mehr Differenz besteuert. Ja, im nächsten Schritt kommen wir uns das Gesetz natürlich auch im Detail an. Und ja, es steht hier noch beim Bundestags-Server, sie sind hier oben drauf, seht ihr ganz offizielle Quelle, wie immer unterhalb des Videos verlinkt, Bundesrat und so weiter, die Drucksache-Gesetzentwurf wird es hier noch bezeichnet. Aber es ist in trockenen Tüchern, das kann ich euch versichern, am 1. Januar geht das online. Und hier muss man erstmal ein bisschen runterscrollen auf die Seite 9, wo das Ganze dann nämlich benannt wird. Das sehen wir hier, zack, 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 da Seite 9 sind wir angekommen, Entwurf eines Gesetzes und so weiter. Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen. Artikel 1 Gesetz über die Meldepflicht und den automatischen Austausch von Informationen meldende Plattformenbetreiber in Steuersachen, Plattformensteuertransparenzgesetz, PST, TG, so wie ich es am Anfang geschildert habe. Könnt ihr euch in Ruhe gerne nochmal ganz genau angucken. Und dann hier nämlich auch die weitere Quelle, sind wir hier wieder beim Bundestag. Und da sieht man es auch nochmal, Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie und so weiter und so fort. Glaubt mir Leute, das Ding wollen sie unbedingt. Und wie läuft das Ganze dann ab? Das, was ich im Netz gelesen habe, läuft dann folgendermaßen ab. Zum 1. Januar wird das Ganze gestartet. Und die Plattformen werden dann über 13 Monate hinweg tracken, wer was genau verkauft, mit allen Daten drum und dran, sprich Name, Adresse, Steuernummer und so weiter. Und werden das nach 13 Monaten am 31. Januar 2024 an die zuständigen Finanzämter melden. Ja, wie wird dann der Ablauf nach dem 31. Januar 2024 sein? Wir haben ja in Deutschland Digitalisierung wirklich als ganz, ganz schlecht am Ablaufen. Ich habe aber das Gefühl, dass das Ganze bei den Finanzbehörden brillant funktioniert. Die sind untereinander vernetzt, das klappt. Da haben wir das Bundeszentralamt für Steuern. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sitzt sogar bei mir hier in der Ecke in Bonn. Dort werden die Sachen natürlich erstmal gemeldet und dann einkommen. Und jeder muss ja auch seine Steuererklärung dann machen, wenn man ein kleines Unternehmen oder sonst was zum Beispiel am Laufen hat. So, und dann gucken sie halt nach. Der Olli hat angegeben, hat zehn Sachen auf der oder jener Plattform verkauft oder vielleicht seine Wohnung vermietet. Habe ich jetzt nicht aber als Beispiel. Und hat das Ganze auch angegeben. Auf der anderen Seite kommen jetzt die Meldungen von den Plattformen rein. Und dann wird das 1 zu 1 einfach abgeglichen. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich bin gelernter Fachinformatiker. Vor meinem Studium habe ich das gemacht. Und da kannst du einen Abgleich machen. Den braucht kein Mensch machen. Weil das könntest du bei so vielen Millionen Menschen in Deutschland gar nicht umsetzen. Das funktioniert komplett digitalisiert und automatisch. So, und wenn dann ein, zwei Sachen einfach fehlen, weil ich es vergessen habe, weil ich dachte, ja, vielleicht kommt es ja doch nicht raus. Dann mache ich ja nebenbei so nach dem Motto. Das wird nicht mehr möglich sein. Und dann geht es los. Dann kommen die Schreiben vom Finanzamt. Warum haben sie das denn hier nicht angegeben? Und wenn du das nochmal machst, dann kommen bestimmt auch schon die ersten Strafzahlungen und ähnliches. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und klar, der nächste Schritt, den ich gerade geschildert habe, wie nennt er sich? Betriebsprüfung. Genau. Dann kriegst du einen schönen Brief mit Wappen drauf von deinem zuständigen Finanzamt oder auch direkt vom Bundeszentralamt für Steuern. Und dann wird geprüft. Dann musst du nachweisen. Jede einzelne Transaktion. Und das kann wirklich nach hinten losgehen. Also das ist schon eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung, wie ich persönlich finde, dass hier der Bürger auch wieder so als direkt unter Generalverdacht gestellt wird, dass er hier und da versucht, was zu verheimlichen und so weiter und so fort. Es wird den Bürgern immer schwerer gemacht in diesem Land, besonders den kleinen Firmen, den Selbstständigen, die versuchen, hier das Beste für sich rauszuholen und zu machen. Ich finde es unangenehm. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich hoffe, das Video hat euch trotz dieser Nachricht gefallen. Bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Lasst sie gerne hören. Daumen hoch fürs Video. Abo nicht vergessen. Das freut mich. Glocke aktivieren. Danke bis zum nächsten und ciao.